Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von A Plague Tale Innocence, dann wollen wir mal, drücke eine Taste, na gut, ich klicke lieber drauf, Lehrer Spielstand, ich kenne diesmal 0, Gamics vom Spiel, das wird interessant, gehen wir mal in die Option, Sprache passt, Grafik, da sieht gut genug aus für jetzt erstmal, neues Spiel, Standard, ist mir eigentlich egal, ich habe Kopfhörer drauf, obwohl für euch, je nachdem wo ihr es hört, Soundbar, ja passt, wir nehmen das einfach mal so um, wird schon gut genug hier, so, was machen die ganzen Ratten eigentlich da, 1, das Erbe der Derunz, wir sind jetzt die schon wieder, wir sind im Königreich Frankreich, warum nicht, anscheinend im Herbst, wie willst du den Herbstoffen bei der Jagd folgen, das sind also deine Pläne für mich, ich soll folgen, ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen, aber dafür brauche ich ein gutes Pferd, du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang, warum hier, der Baum, was für ein Baum, welcher Baum, Der Apfelbaum, Vater, ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren, den Ritterschlag, Hund streicheln, ja, guter Junge, guter Junge, ja, hab leider kein Leckerli für dich, So, wo kommen die ganzen Ratten hier, Sieh dir mal Leon an, das Raubtier aus Gaien strotzt vor Kampfeslösen, ja, guter Hund, Ja, warum auch nicht, Ja, Ja, Bringen wir ein schönes Rebhuhn mit, war auch ganz nett hier, und angenehme Sänftenklänge im Hintergrund, Oh, Und in einem Gebüsch hast du geknattert, oder was? Wolltest erzielen, wie du Mama flachgelegt hast, Ich verwalte diese Ländereien, Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder, Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, Von Mutter ganz zu schweigen. Ja, Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Meine alte Schleuder, nee, das habe ich als Gebrauchtwagen verkauft. Also dann. Wir könnten drüber steigen. Ja. Oh, ich mag das Spiel schon mal. Es fängt gut an. Oh je. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben, neben dem Stamm, liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich hol sie. So. Hier mit dem Steinbeutel. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut. Komm zurück. Ja, bin auf dem Weg. Was willst du? Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Äh. Äh. Oh, ich glaube, ich habe noch Zielhilfe an. Das fühlt sich, als ob es sich einbockt. Weiter so, Amicia. Sechs. Sieben. Ich zocke doch extra mit Maus. Acht. Neun. Das geht auf Zeit. Und. Zehn. Nein. Nicht schlecht. Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk. Von dir. Der Schleuder riecht. Hatte ich fast vergessen. Meine Güte. Was hat er denn? Nein. Was los? Ich brauche mir Steine. Lauf schon vor. Kann man Hasen auch wegschleudern. Du bist viel schneller als ich. So. Wir müssen ganz kurz ins Optionsmenü. Einmal hätte ich ganz gerne Untertitel. Äh. Untertitelsprache. Untertitel. Ja. Deutsch. Ja. Charakternamen. Auch ja. Gut. Das hat man geklärt. Steuerung. Tastatur. Brauchen wir nicht. Spiel. Zielhilfe. Äh. Gering. Na gut. Geringer geht nicht. Jetzt ist es nur noch an meinem Skill. Ob wir was treffen oder nicht. C zum Ducken. Warum denn das? Rennen klappt. Leon. Warte auf mich. Leon. Nein. Nicht den Hasen fressen. Leon. Wendet doch lieber so ein schönes Rebhuhn hier. Ich darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Ja. Leon. Leon. Wo ist denn hin? Kommt schon. Ich hab doch einen Snick für dich. Ich hab gelogen. Ah. Da bist du ja. Oh. Ich glaub das geht schief hier. Was hast du gewittert? Eine Gewitterziege. Lieber Himmel. Ein Wildschwein. Braver Hund. Ja. Kann ich das jetzt ausschleudern? Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal. Ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehm ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gas. Ich geb mein Bestes. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein. Ich hab mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Zieh auf. Na los. Ich schaffe das. Ich schleich doch. Oh. Was haben wir hier? Ein Stein. Nehm ich. Das braucht ein paar Versuche. Vorsicht. Du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich seh ja noch nicht mal das Schwein. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Du dich ins Gras. Runter. Was meinst du, wo ich bin? Ich bin doch schon am Boden. Muss ich jetzt warten oder muss ich nur den Kopf treffen? Ich denk mal, das ist der Kopf. Sehr gut gemacht. Hunger immer so genau zielen. Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Nein, nur eine leichte Gehirnerschüttung. Fang, fang. Also der ist ja Leon. Ist ja gar nicht der Hund von Hedwig. Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Ich komme, Leon. Ist das matschig. Ich hoffe, ich habe keine... Ich habe geländefähartige Schuhe an. Es geht schon. Es blutet. Ja. Das waren wir. Sollte uns zu denken geben. Nächst mal nehmen wir vielleicht doch einen Bogen. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oder es hat ihn gefunden. Wieso ist es hier eigentlich so matschig? Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Das glaube ich auch. Hätte ich als Kind auch einen Popo voll bekommen. Ja, ducken. Die Bäume. Wer war das? Wir haben nichts gehört. Komm her. Was ist denn da? Ist da was verwest? Ne, das ist ein Baumstammte. Ne. Ist das Wildschwein. Hä? Aber Leon war das bestimmt nicht. Nein. Leon. Komm her. Leon. Oh, er heult. Oh nein, Leon. Leon. Was ist denn in diesem dunklen Wald los? Oh, nee. Armer Hund. Nein. Leon. Wer war das? Oh. Das hätte ich auch gesagt. Nimm die Beine in die Hand und lauft. A Plague Tale. Innocence. Das wusste ich schon vorher. Ach, armer Hund. Ich glaube, jetzt gehen wir auf einen Rachefeldzug wie John Wick. Ja. Er war ein guter Hund. Das war... Das war nicht gut ausgebildet, aber ein lieber Hund. Hätte ich gern noch länger gestreichelt. Suche Beatrice in Ügos Zimmer. Wohnt er hier draußen in der Scheune, mein Bruder, im Schweinestall? Leider nein. Leider gar nicht. Na gut. Haben wir eine Map? Nö. Stein hätte ich. Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sich ja die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Ja, das frage ich mich auch, warum Engländer andere Leute beißen sollen. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Ja. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Stellen aufgehängt. Dankeschön. Oh, ähm, danke. So, wo ist denn der Haupteingang? Wozu habe ich meine Schleuder? Das frage ich mich auch. Wo muss ich denn rein? Da nicht. Ich brauche einen Wegpunkt. Jungs, wo geht's lang? Doch nicht da nach oben. Das sind ja hier nur die Ställe. Vielleicht da ins Haus? Doch im Schweinestall. Oh, vielleicht hier. Scheiße. Ja, das Böse ist im Wald. Die ist im Wald. Das heißt ja extra Plague Tale. Plague heißt ja Pest. Hat er nicht laut genug gebetet? Eine Gans. Nein. Komm her, komm her. Du bist ganz und ganz mein. Da hast du recht. Dann wollen wir mal zur offenen Tür reingehen. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Nein. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Das glaube ich auch. Was hat denn der für Anfälle? Tobsucht? Oder was Ernstes? Vielleicht ist er nur so ein kleiner verzogener Bengel. Aber das hört sich nicht so an. Leute wurden gebissen. Sogar Kinder. Ist das zu glauben? Ich war es nicht. Ich habe gut zur Abend gegessen. Ich glaube, ich bin nicht geschlafen. Oh, das sieht viel besser aus als Ügos Zimmer. Her mit dem Kiese. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes. Aber es wird dir schmecken. Da bin ich ganz sicher. So, das war die falsche. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ich euch auch nicht. Hallo. Servus. Schön weiterputzen. So. Irgendwo muss es Treppen geben. Ja. Ich glaube nicht, dass meine Mama die Leiter raufnimmt zu Hugos Zimmer. Danke schön. Ich hoffe, es ist etwas Erfreuliches. Und nicht eine Kündigung in Form von Häufchen. Mama. Oh je. Ah. So schlecht gelaunt sieht die gar nicht aus. Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber... Ja, aber... Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Nicht die beste Mama. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier bei deinem Bruder. Was ist da draußen denn los? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal was geschieht. Aber... Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß. Du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ich mag meinen Vater glauben mir. Ja, schön zu... Schön zuschließen. Und jetzt aus dem Fenster starren. Wird mich doch interessieren, was da ist. Was passiert da draußen? Das hört sich echt nicht gut an. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Weiß nicht. Ich würde sie direkt fragen. Oh, eine Truhe nehme ich. Nein! Ich wollte auch alles einsammeln. Wie lange ist er schon hier? Vier Jahre? Fünf? Hier ist Mama nicht, aber hier ist Amica. Hugo? Guck mal hier. Wo bist du denn? In deiner Burg? Oh, siehst du auch ganz normal aus. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Oh, oh. Oh, oh. Nein, Senior Nikolas. Wer bist denn du? Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? Äh, auf einer anderen Burg. In guten Händen. Nein. Ach komm, er ist der Hund und dann mein Papa. Und Spiele schon sehr interessant. Äh, das ist die böse Mama. Ugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Psst. Wo müssen wir hin? Ah. Wo ist er? Bleib unten. Ico, ich bin's. Gabriel, komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Ein Glück sind die alle total bescheuert. Oh nein. Leer. Hört auf. Ich, oh nein. Oh nee, die ist auch draufgegangen. Nein. Ich lehre euch an. Ugo ist nicht hier. Edo. Komm schon. Das war doch nicht meine Mama, oder? Das war nur eine Bedienstete. Oh, die arme Frau. Was wollen die bösen Männer von Ugo? Oh. Oh nein. Ach. Die armen. Die armen Arbeiterinnen. Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. So. Aber ein Glück sind die Feinde doof. Oh mein Gott. Luis. Was ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu schäukeln? Nein. Bitte. Nein. Nein. Alter, eigentlich. Wir müssen. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein. Nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Oh je. Komm schon, schnell raus hier. Ich wäre aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, wir sollen schleichen. Können wir was in der Küche ausrichten? Komm schon. Ja, richtiger Weg. Nein. Niemanden. Wo wollt ihr zwei denn hin? Weg von hier. Ah, danke Mama. Ja, aber umarmen tust du nur Ugo. Ah, mich auch. Wir sollten abhauen. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Wie soll alles gut werden? Alles war schon scheiße. Das macht es hier nicht ungeschehen. Ugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Verstanden. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen! Versperrt die Ausgänge! Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras. Da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama! Sssst. Sind die Feinde doof. Muss hier sein. Sonst kann man so ein Spiel gar nicht machen. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ich hab nicht mal auf mein Bett geschaut. Lieb Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh. Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Sssst. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig. Gut hin. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Was ist es? Was? Ich. Vergiss es. Ich sag dir, ich müsste hier lang. Mama, mach mal was. Mama? Ich bin schon hier. Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Ich bin schon hier, Mama. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilfe. Ja, das dachte ich nur. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Wenn dein Herr und sein Gott überlassen. Weiter. Langsam. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Der Ruhm ist kein freundlicher Inquisition, obwohl wir vereinigelt das Acht. Wie lange kann das dauern? Los. Es wird ein bisschen dauern. Wir sind überraschend unsichtbar. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Keine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Ihr habt doch keinen Stein. Oh, da. Oh. Ja. Schön in die Kiste schauen. Da ist der Junge drin. Atmen. Atmen, Ugo. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Erfassig auf. Gehen wir. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Ja, man weiß nie. Vielleicht sind sie direkt hinter einem. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ja. Tabulator. Topf. Ja, sieh dir den leeren Garten an. So ist richtig. Du bist eine kluge Wache. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Komm schon, raus hier. Ich hätte vor dem Tor auch jemanden platziert. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter. Da unten kann man durchkriechen. Da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Ugo. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du da hin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Wir können da rüberklettern. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Wir können da rüberklettern. Nur Mut. Das schaffst du. Schalt alle Feinde los, wenn du dabei bist. Wo ist hier jemand? In meiner Hand. Los. Wo ist hier jemand? Jemand, der um Gnade fliegt. Au. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller. Ich hätte die Tür hinter mir zugemacht. Oh, oh. Oh, oh. Kommt mit. Ein Glück raschelt hier nix. Ein Glück raschelt hier nix. Folgt mir. So. Wann kriege ich endlich ne Waffe? Oder meine Ratten? Warte, ich komme. Amicia, du musst demnächstes Mal helfen. Tut mir leid. Mein Kopf. Mama. Was ist los? Okay, nicht explodieren. Nicht explodieren. Nein. Atmen. Du musst atmen. Ja, die Wolken, die Rehe. Schöne Blumen. Tomatsblumen, habe ich gehört. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Ugo? Ich, ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Komm schon. Patscherchen geben. Du kannst herkommen. Ich komme. Jo, bitteschön. So geht das? Danke. Gerne geschehen. Ins Blumenbeet. Können wir uns nicht einfach hier verstecken, dass alle verschwunden sind? Erst langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Hey, hey. Schön hierbleiben. Äh, verschwunden. Ah, Mist, so hätte ich das nicht machen sollen. Wo gehst du jetzt hin, College? Na ja, hat auch funktioniert, würde ich mal sagen. Na, komm wieder zurück. Ja, hier war doch gar nichts. Hast niemanden gesehen. Gut genug. Ich habe eine ganze Weile schon nichts mehr gesehen oder gehört. Ja, so. Ich dachte, ich hätte einen Topf aufgenommen. Gut zielen. Mutter und Ugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Schon wieder? Ich muss Ihnen Bescheid geben. So gewollt, ich kriege euch. Psst, kommt her. Wir kommen. Ja, ja. Ich würde sagen, ich habe das gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Weiter geht's. Boah, nicht doch die Plörder. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Furke scheuchen. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Gut. Was zur Hölle war das? Ein Stein, der wurde dagegen geworfen. Können wir dich nicht ausschalten? Tja. Ja, schau so doof. Geh schon. Na los. Na los. Dreh dich um. Jetzt. Sehr schön macht man das. Wir sind so unauffällig. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Bist du ein freundlicher Bediensteter? Kommst du nicht mit? Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Oh, oh. Oh, oh. Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja. Er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Oh, oh. Ich halte den aus. Schnell, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Oh. Ich glaub, der hat nicht verfehlt. So ein Mist. Hugo, komm mit. Schnell. So, die 30 Minuten Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Mir gefällt das Spiel bis jetzt wirklich gut. Die Charaktere sind authentisch. Die Story ist zumindest interessant genug, um mehr erfahren zu wollen. Und ja, gegen die Grafik spricht auch überhaupt nichts. Ist jetzt nicht besonders herausragend, aber ist schon ziemlich gut. Nur die Gegner sind momentan noch dumm wie Bohnenstroh, wie man so schön sagt. Ist eventuell auch schwierig, das in so einem Spiel realistisch zu machen. Weil würden die es so machen, dann wären die Spieler in der Regel immer sofort tot und dann hat man keine Geschichte, die man mehr erzählen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Was haltet ihr dann vom Spiel? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.